Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der nächsten Zuhörerfrage. Vielen Dank für die Frage, welche im heutigen Podcast beantwortet wird und dein Engagement aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. Ich wurde gefragt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in der wir über die Inventurmethode sprechen. Natürlich spreche ich auch dieses Thema sehr gerne an, also lass uns direkt ins Thema einsteigen. Die Inventurmethode ist ein Verfahren zur Erfassung des mengenmäßigen Materialverbrauchs, auch Verbrauchsmengenerfassung genannt. Sie ist ein Teil der Kosten- und Leistungsrechnung. In der Kosten- und Leistungsrechnung gibt es drei Methoden. Die Inventurmethode, die Fortschreibungsmethode und die Rückrechnungsmethode. Heute beschäftigen wir uns wie gesagt zunächst mit der Inventurmethode. Die Inventurmethode erfolgt physisch, das heißt körperlich durch Zählen oder Messen. Hört euch hierzu auch gerne noch einmal meine vorherige Podcast-Folge zu dem Thema Inventurverfahren an. Der Verbrauch wird anschließend anhand folgender Formel berechnet. Anfangsbestand laut Inventur plus Zugang laut Lagerkonto minus Endbestand laut Inventur. Daraus ergibt sich der Materialverbrauch. Die Frage stellt sich hierbei, wie sich der Verbrauch zusammensetzt. Dies ist auch gleichzeitig die Kritik an dieser Methode, denn die Inventurmethode bringt mehrere Probleme mit sich. Zunächst ist es nicht ersichtlich, für welche Kostenstelle und welchen Kostenträger der Materialverbrauch erfolgt ist. Außerdem sind Lagerverluste durch Schwund, Diebstahl und Verderb nicht nachvollziehbar. Schwund bedeutet, dass etwas zum Beispiel geschmolzen ist. Diebstahl ist selbsterklärend und Verderb ist beispielsweise bei Lebensmitteln, die zwar noch im Lager vorhanden sind, aber bereits abgelaufen und nicht mehr zu verkaufen sind. Die Inventurmethode gibt uns also keine Auskunft über Schwund, Diebstahl und Verderb, sondern nur über den Materialverbrauch an sich. Aus welchen Gründen aber das Material verbraucht wurde, können wir bei dieser Methode nicht nachvollziehen. Zuletzt ist das Verfahren seit zeitaufwendig, weil es die körperliche Inventur erfordert. Daher gibt es noch die beiden anderen Methoden, die hierbei noch ein wenig anders funktionieren. In den nächsten Podcast-Folgen erfahrt ihr hierzu mehr. So liebe Azubis, das war nun die Podcast-Folge zu dem Thema Inventurmethode. Wenn auch du eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schaue hierzu auf der Instagram-Seite youngstar-ug vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.